was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute den rs 17 auf der nordfriesischen marsch vierfach im animals projekt zusammen mit dem mac manos so kommt gibt es ein rennen viertelmeile er sagt mal sag mal 16 meile wir sind ja nicht um kassel stück vor ich werde nicht bescheiden so dann soweit ich bin soweit kindern ja ich warte wie warte jetzt bin ich soweit ich bin soweit also bei go ich mach 321 go und ab geht's 321 guck dir seid wieder verziehen alter wie alt ja sauber ich hänge fest das ist aber auch ein alter genießer das geht nicht das geht doch doch jetzt haben wir zurück zum hof denn die buden wieder ab und müssen einer von uns muss stahl machen ja also sich dann nehme ich mal unseren schönen neuen transporter und bringe die geldkassetten weg die wir haben tschüss bütsch gewonnen hau rein also das ist ja wohl da also über die bad schieber ziel haben wir ausgemacht ne ja gewonnen tschüss leute ins bebe ich mir mal bitte aufhelfen also das ist absolut der hammer also der der verkehr wird immer dreist er ist der verkehr wird immer dreist er ist mir schräg der ist mir schräg und es von der rad gefahren in der kurve der verkehr und hat mich umgeschmissen also das ist absolut unglaublich absolut unglaublich an 30 wenn das im 19 er genau so wird habe ich auch für games go getestet die halten vorher schon an und na ja bin gespannt aber auf dem 19er ist der verkehr cool also ich finde sind sehr viele neue fahrzeuge dabei ja ja das ja auch mal lkw und so genau ja so betonmischer und so was das ist halt echt geil der verkehr sieht halt auch wirklich gut aus das macht schon macht schon guten eindruck doch ok also eigentlich wenn wir jahreszeit technisch das jetzt hier ernten würden müssten wir jetzt eigentlich mais häxeln schon ja weil jetzt sind überall die mais häxler unterwegs ist der wahnsinn bei uns aber auch ja wirklich krass wirklich krass doch du steil machen soll ich steil machen dazu mit dem mist vor komposter ich habe noch 100.000 liter wenn du willst 100.000 liter habe ich noch okay so den komposter dann schmeißt das mal den komposter ja ach siehst du woher bist du wo ist der anhänger bevor ich gerade mit getreide für die schweine brauchst du den oder was aber ich kümmere mich eben drum aber wir haben was vergessen nach der letzten folge wir wollten neue platz aktivieren ach jo so so da wollen wir den schlinger am abtanken gehen hier sehr schön so das läuft auf jeden fall dann kann der weitermachen dann habe ich mir mal wer hat das denn ausgestattet während des abtankens ab weiterfahren anhalten waren die aktiviert so jetzt aber so jetzt aber was noch mal so die schweine haben wieder eine polo wieso liegt das fass hier unten im wasser weil ich das mit wasser auffüllen wo soll das hin ich schau grad kannst du noch ein bisschen was zu den schweinen schaffen oder zu den schafen und kühe müssen auch haben ist relativ egal wohin da haben wir gespult lief das server über nacht oder was warum ich habe alles rein gefühlt jetzt wieder alles leer ja der server die eigentlich nicht also dürfte ihnen das nicht sein eingestellt auf ausgehen wenn keiner drauf wir haben keine silage mehr natürlich auch machen können wir könnten natürlich auch mal geile pellets machen für die kühe könnten wir auch könnten wir auch zu den schweinen schmeißen dann ja rein ja doch das was erst so die schweine haben wir denn insgesamt schon wieder 16 ländern ja wenigstens werden wir dem projekt drohe was das betrifft ja ich muss trotzdem einer stahl machen ach ja das mache ich jetzt machst du ja bestest du stellst dich erst mal davor und nimmst das nur die paletten runde er produziert relativ schnell neue muss er dann müssen da noch geldkassetten hin 27.600 sind noch drin der fette soja brunnen der allei und das ist ein wenig abfahrer feld 1 der fahrer macht verfällt einzelner pfarrer einen kürze ja ja glauben bitte das glauben ja mache ich bei einer auch immer da habe ich für jedes feld ein abfahrer ein feld oder zwei vier felder ja läuft doch da kann ich den anhänger wieder an hecklemmen hier immer ein mann mann wenn ich sagen habe ich steht auch schon wieder wolle voll wenn er nicht dass er wirklich oder wir haben nicht gespeichert ich bin nicht runtergegangen dann habe ich immer gespeichert wurde steht nicht voll also eine reihe ist voll hat sich wieder neu nach produziert waren auch geil du kannst die wolle hier auch einladen das ist natürlich auch jetzt mal gefällt eins wollte es dann auch geändert wird ja kannst du fänden als abfahrer wenn man so jetzt habe ich ein deutsch der feld steht ja aber dort mit den ölw ach so warte mal kann der ölw normal abladen dann werden dann anhänger dran machen unser fuhrpark ist einfach riesig ja wir müssen auch mit dem fuhrpark mal sehen ob was dabei ist was weg kann cool lager ist echt cool das ist schon ein ne ne wechselt ja wechsel hat die anhänger der guter hätte auch die deutsches ding beiden aber kann der abladen jetzt mal probiert er abladen kann ich glaube es fast nicht so mal her mit dem anhänger wo du einen fest wo sind das für lecks alter da noch weiter raus oder mehr geht nicht aber ich will fast überhaupt mit dem ladewagen das ist ja pervers er weiß nicht so viel drinnen also der war nicht sehr gefüllt hat auf jeden fall 30 prozent hier reingemacht ja so ja das ist das das Der deutz echt klein aus von dem Anhänger. Können wir ihn eigentlich hier rückwärts einparken, aber ich würde ihn verlassen. 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 Ach, scheiße. Hätte ich einen Abladepunkt setzen müssen? Nein, ne? Nein, okay. Dann habe ich doch richtig gemacht. Und dann einfach auf Aufnahme beenden war das, ja. So, dann speichern wir den. Name des Kurses. Einfach nur abladen nennen und dann in den richtigen Ordner schmeißen. Abladen fällt ein. Ah, ne. Einfach nur abladen und dann nachher in Feld 1 reinschieben. Richtig. Also so ist meine Ordnung. Ja, so habe ich das aber auch. Feld 1. Ja, ist drin. Ich bin noch ein wenig. Warte mal kurz. Opfarrer einstellen. Was? Jetzt. Was sagst du? Was ist denn jetzt? Wieso? Wer will sich aufgaben? Ne, ich komme überall rein. Ja, aber kannst du noch was machen? Ja, mal schauen. Ein Moment. Fahr mal einfach nur. Naja. Naja. Jetzt jetzt wieder? Ja. Naja, ganz extrem ruckler. Ja, warte mal. Ich habe, entweder habe ich hier was falsch gemacht. Was wird überhaupt? Ich kann den Abfahrer nicht mal entlassen. Warum das nicht? Guck dir das mal eben hier an, ob ich das richtig gemacht habe. Aber eigentlich schon, so mache ich das bei mir auch. Was ist er denn? Ja. Ich kann den Abfahrer nicht mehr entlassen. Das ist nicht gut so. Wieso? Ja, egal. Folge ist eh vorbei. Gucki, wir machen erst mal Feierabend. Mit dem Server mal schnell neu starten. Ja. Gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Schaut mal hier rein, was ich hier vielleicht für einen Quatsch gemacht habe. Und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.